Anweiler am Triefels eine Perle im Pfälzer Wald erleben sie die wunderschöne historische Innenstadt im Herzen der Stadt finden sie Eschers Eiswerk hier werden besondere Eisspezialitäten nach traditionellem Hausrezept hergestellt und das schmeckt man frisch direkt ab Werk werden sie an unserer Theke bedient bei uns können sie nach Herzenslust genießen für alle die in Anweiler Ferien machen bietet das Haus Eiswerk neue liebevoll eingerichtete Gästezimmer stilvoll übernachten in der historischen Altstadt gönnen sie sich mal wieder was Eschers Eiswerk in Anweiler Gäste 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 Vielen Dank.